3...3 sch kaufen Aber... ..Sicker könntenventeil nicht genau laufen... Ich habe keine emplehaften.. Ja 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 sicher! Haa genau genau das wud mich an! Wenn du einen Hund siehst soll ich, schießt wegenges스 Infehl an! Ich mach kein Hund getürt Ich mag Hunde in Wirklichkeit ur Das sind meine Lieblingstiere Das ist der Unterschied weißt du Du behandelst es im Spiel gut und in Wirklichkeit nicht Und ich mach's anders Ich bin in Wirklichkeit nicht und behandle es im Spiel Scheiße Pöser Ameria Gehen wir da vorne links Einfach würde ich sagen Urmies die Cardio Ich hab gedacht die kann man cool zumachen Und dann glitscht es jetzt so ernsthaft Die erste Auto die dich zumacht Glitscht Deppert Willst du mich verarschen? Jesus Awesome Alright Alright Ich hab bis jetzt erster Eindruck ziemlich langweilig Mhm Das ist einer mit Schild Ja Die kann man sich irgendwie snipen Wofür hab ich ne Sniper Ja Ja Das ist eine Die Fette Scheiße Die der war nice Hahahaha Hahahaha die wasche packt bei dir die ganze zeit in der luft erst jetzt oder die ganze zeit jetzt schon arg nö bei mir ist alles noch mal presented bei ubisoft noch it's magic it's magic so geil steini es ist so geil das gibt es nur im team abfahrt kkg live der rote die sind rot die haben auf uns geschossen wir könnten den hier umbringen wenn man sich da hinstellen jetzt vor ihnen auf ihn zielen könnten wir ihn jetzt umbringen amiria eins machen wir zwei drei let's go schnell dauern schnell umbringen nachladen umbringen und looten 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 und rennen und rennen kommt und rennen schnell weg schnell weg schnell weg schnell weg das war hinterhältig und weißt du was das coole ist wir sind nicht markiert weil er nämlich markiert war das war das geile dran wir haben jetzt keine zeit ja wir haben jetzt nur glooten grad ist genau der andere hat nur spaß und habe ich so sparsam angeguckt der andere ja ja er hat sich gar nicht auskennt er hat gar nicht gewusst was abgeht warte ich will dich mal im heilen bleiben stehen ok ja ich fahre noch voll ach so jetzt kann man ja von deckung in deckung könnte man ja jetzt ne so geil das ist leihwand schau achtung hier sind explodiefässer day und sag ich schon day zu dir spiel ich so nobig spiel ich so nobig dass du schon day zu mir sagen musst die liebe grüße den hier von quaren vermeren na bester man gut freunde machen wir zum abschluss ein gruppenfoto noch oder kurz das war die beta jetzt geht links und rechts von mir und dann thanks Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.